Hallo und herzlich willkommen am Tele-Stammtisch. Hallo, willkommen beim Tele-Stammtisch und eins vorweg, wir möchten hier etwas klarstellen, nämlich der Tele-Stammtisch setzt sich immer, schon seit es ihm gibt, für den Feminismus ein und deswegen werden wir hier über eine Serie jetzt reden, in der geht es um Feminismus und wenn es um Feminismus geht, da können eigentlich nur zwei Leute darüber reden, nämlich zwei weiße Männer um die 40. Hallo Max. Ja, hallo Stu. Danke für dieses Intro. Bitte, bitte, dafür bin ich hier. Den Rest machst du dann jetzt. Okay, gut. Ja, Player of Ibiza. Mensch, ich habe schon wieder den Plural benutzt. Player of Ibiza ist in der ARD-Mediathek gelandet und ich habe Werbung dafür bekommen, habe es angeklickt und habe geschrieben an dich, du musst angucken, weil da ein bisschen Discounter drin steckt und dann hast du das gemacht und jetzt sitzen wir hier und reden drüber. Wobei man auch ganz klar sagen muss, es hat ein bisschen gedauert, bis ich das angeguckt habe, weil du hast am Anfang nur geschrieben, guck das hier, dann habe ich dieses Bild gesehen, so Player of Ibiza und dachte mir so, was ist jetzt mit dem Max los, jetzt möchte der arme Mann schon, dass ich Trash-TV gucke. Weil auf dem ersten Blick sieht das ja wirklich danach aus, als ob das so eine Couple-Show ist, wo irgendwelche Influencer-Bratzen auf irgendeiner Insel ausgesetzt werden und sich dann irgendwie verlieben sollen. Und das kann man ja schon mal sagen, das ist es im Grunde nicht. Es ist das, was es sein will, ist es nicht, aber es imitiert einiges ganz gut. Kann man das so nennen, es ist eine Mockumentary über eine Reality-TV-Show. Das ist auf jeden Fall so mit Meta-Ebene und dem ganzen Gedöns. Ja. Es geht um Amelie, heißt die, glaube ich, die eine, ja, so eine Trash-Sendung halt eine Produzentin, Producerin, produziert, genau, die jetzt auch kein besonderer Fan von dieser Art Unterhaltung ist, aber das Geld muss halt reinkommen. Und ich muss ja eins sagen, ich bin in dem Medienbereich nicht so tief drin, aber wenn ich ein paar Leute treffe, die damit zu tun haben, ist es auch immer das Gleiche. Die machen den größten Scheiß und sie wissen, dass es große Scheiße ist. Also, das sind die Leute, die Sachen produzieren, wie das Dschungelcamp, sind letztlich die Leute, die gerne Filme von Roberto Rossellini gucken. Ja, ja, ja. Es ist definitiv so, aber am Ende muss halt eben die Miete bezahlt werden. Das ist eben das große Problem. Glaubt ihr etwa hier am Telekantisch haben Bock, das jetzt hier zu besprechen? Nee, kein bisschen. Wir würden jetzt auch was anderes machen. Wir wurden dazu gezwungen von verschiedensten Seiten. Ja. Jedenfalls, Amelie sollte jetzt die neue Staffel Player in Ibiza produzieren. Allerdings gibt es da einen kleinen Kniff, denn ihr Senderchef hat herausgefunden, dieses Thema Feminismus geht ja gerade echt steil durch die Decke. Lass mal Folgendes machen. Lass mal diese fünf Jungs nicht nach Ibiza bringen, sondern nach Buchholz Niedersachsen, dort in ein Haus sperren und dort sollen sie innerhalb von ein paar Tagen zu Feministen gemacht werden. Und ja, davon ist weder die Produzentin noch die Jungs richtig angetan, wobei die Jungs gar nicht wissen, warum sie eigentlich in diesem Haus sind. Und das Ganze wird dann eben jetzt erzählt. In fünf Folgen, ich würde sagen so 25 Minuten. Ja. Und so viel kann man glaube ich schon im Vorfeld sagen, das kann man sich, je nach Lust und Laune, bequem an ein, zwei Abenden wirklich sehr gut durchgucken. Ja. Also was es auf jeden Fall nicht ist, das ist irgendwie, ja, verkopftes Unterhaltungskino. Ne, das ist tatsächlich, also der Trash-Faktor ist ja schon mit drin und es ist fucking lustig. Also muss man schon sagen, die Charaktere, die sie da praktisch als die fünf Kandidaten vorstellen, das sind fünf Kandidaten, alles junge Männer. Es sind erstens mal sind die sehr unterschiedlich und es sind eben diese, diese, es sind auch sehr unterschiedliche Typen unangenehmer Männlichkeit sozusagen. Also ich glaube, ich spreche da für dich, die sind von uns beiden auch ein Stück weit zum Glück genug entfernt. Also ich habe mich schon sehr verbunden für mit dem Abdel, muss ich sagen. Ja gut, aber nur weil du, weil du, weil du, ja eben, ich wollte gerade sagen, weil wir beide ja auch wahrscheinlich Donuts mögen. Wer mag sie nicht, ja. Ne, stimmt schon, also diese, diese fünf Teilnehmer stehen schon jeder für so eine eigene Art von toxischen Männlichkeitsidealen, nenn ich es mal einfach. Ja. Ähm, da ist auch der, der Bruno Alexander, der da auch glaube ich wieder mit seiner Produktionsfirma Kleiner Bruder hier auch die Regie gemacht hat und auch mitgeschrieben hat und der ist halt eben derjenige, oder die, Kleiner Bruder, aber als Firma machen eben auch die Discounter bei Amazon Prime eine Serie, die wir sehr empfehlen können und die eben, ich glaube jetzt diesen Herbst dann in die vierte Runde gleich, glaube ich, geht. Ja, 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 ich glaube es sollte die vierte sein. Ja, ja, und das ist schon ganz toll. Und jetzt halt eben Player in Ibiza, ähm, ich, ich hatte wirklich eine Menge Spaß mit der Serie, ähm, vor allem der Dialogwitz ist halt grandios, wenn, also wo ich wirklich pausieren musste, weil ich so laut lachen musste, ist halt, wenn der Senderchef in der ersten Folge dieser, dieser Amelie sagt so, aber Feminismus sagt dir was, oder Mäuschen? Das ist, das fand ich, naja, du hast halt eben tatsächlich, ich meine, das ist, ist ja, also erstens mal ist es ja Improvisations, äh, äh, getrieben, also laut den Machern ist ja da, also das Skript eigentlich gar nicht vorhanden gewesen. Und so ein Leitfaden eher, ne? Eben ein Leitfaden, ja. Und das macht ja eben auch diesen Charme aus, weil, weil die, weil die Figuren, ja, also vor allem die Schauspieler, die diese Typen dann darstellen, schon ziemlich in ihren Rollen aufgehen. Und man merkt das. Also, wenn wir von Method Acting oder sowas sprechen, weiß ich, also die können das schon alle sehr gut. Und, ähm, ja, genau dieser Senderchef, ja, da, also wie, 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 wie heißt der Schauspieler? Martin Brambach, glaube ich, gell? Äh, ja, das ist auch herrlich. Da, da hast du ja halt dann so diesen sechsten Typ, diesen, diesen alten weißen Mann, der mehr oder weniger dann alles, äh, so verkauft, als wäre es praktisch seine Erfindung. Auch die Frau wäre seine Erfindung, der Feminismus. Und schon sehr, ja, ist schon, ja, die Darstellung mag ich, weil, weil eben dazu gezogen wird, trotzdem nachzudenken. Es ist stumpfsinnig, aber man muss sich auch selber hinterfragen. Würde mich mal interessieren, ob das so, oh, wenn man, wenn man jetzt eine Frau ist, da wird man ja dann wahrscheinlich eher denken, okay, äh, diese, diese Typen, die, äh, treffe ich im Alltag, die, die nerven mich schon seit einiger Zeit, äh, da hast du ja dann wahrscheinlich eine andere Herangehensweise. Die können wir jetzt natürlich nicht beleuchten, wir beide, was ich ein bisschen schade finde, aber wir können zumindest drauf hinaus, dass wir die, die, ja, diese Männlichkeitstypen, ähm, wie sagt man, von uns, von uns, äh, von unserer Sicht aus, wie sagt man, kritisieren und, und, äh, diese Frage stellen, wieso, sag ich mal, wir nicht so sind, aber auf der anderen Seite, ob wir überhaupt auch gefährdet wären, so sein zu können. Ist ja auch dann immer so eine Erziehungsfrage. Ist ein, ist ein, ist ein spannendes Thema, deswegen gatt sich hier auch so rum. Ja, letztlich, es gibt halt die, 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 die Eigenwahrnehmung, die Außenwahrnehmung, deswegen ist es immer ein bisschen schwierig, aber man muss halt auch klar sagen, dass Play of Ibiza, es ist eine Comedy-Serie und sie machen auch vieles sehr einfach. Ähm, also diese fünf Jungs sind halt wirklich so, äh, Stereotype, äh, aus, aus der, aus der Klamottenkiste, aber man muss auch klar sagen, ich, wie gesagt, ich bin jetzt kein großer Connoisseur von echtem Trash-TV, aber ich hab mir tatsächlich mal so eine Zusammenfassung angesehen von irgendeiner Trash-Sendung auf YouTube, von irgendeinem YouTuber, der das halt eben dann ein bisschen auch ironisch betrachtet hat, und was mir da halt entgegengeschmettert worden ist, an Männigkeitstypen, muss ich sagen, da haben sie es bei Play of Ibiza sehr gut getroffen. Du hast halt diesen, 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 ja, derjenige, der der Star sein möchte und sich immer für ein bisschen klüger hält als alle anderen, das wäre dann ich, ähm, dann hast du halt diesen Update, der, also, muss man sagen, alle halten sich halt für klüger als die anderen, und alle glauben, dass sie, äh, das, das, das Universalrezept für, für, für alles gefunden haben, aber eigentlich sind es total unsichere, ähm, äh, Idioten, muss man so ausdrücken, und, ähm, ich weiß, weiß nicht warum, aber der Abdel hat mir am meisten gefallen, der wird gespielt von Arman Karschan, ich hab den Namen sogar extra aufgeschrieben, weil ich fand, wie der den dargestellt hat, wo ich, mir würden spontan 50 Typen einfallen, die ich schon mal getroffen habe, die genau so sind wie er. Also, es ist vor allem, finde ich, in diesem, also, Abdel ist so, warte mal, ich fang, ich fang mal von, von, von der anderen Seite, ja, ähm, du meintest, ja, also, du hast eine, eine Zusammenfassung von so einer Reality-Show dann irgendwie mal geguckt, das ist jetzt etwas, was ich überhaupt nicht, also, tatsächlich. Ich weiß nicht, aber auf der anderen Seite kenne ich natürlich, äh, die Sachen, die einem dann in den, in den YouTube-Algorithmus irgendwie gespielt, äh, gespült werden, da gibt's ja auch diese, äh, ja, ich weiß gar nicht, wie diese Bubble heißt, aber es ist, äh, die, äh, diese Unternehmer-Typen, sprich, die dann mehr oder weniger Erfolg haben, meistens dann auch mit irgendeiner Kryptoblase im Hintergrund, ähm. Also, also, da würde ich dann diesen Abdel irgendwie mit, mit rein zählen. Jemand, der, der, ja, seine, seine Männlichkeit und seinen Erfolg durch Geld definiert. Ja, der, also, Abdel ist für mich so der Typ, der halt eben, äh, zu viele YouTube-Videos geguckt hat. Genau. Und vor diesen YouTube-Videos kommt in diese Werbung, wenn sie es sehen, können sie es handeln. Genau. Und dann glaubt ihr so, boah, cool, das mache ich. Kennst du diese Werbung auch? Wenn sie es sehen, können sie es handeln. Ich hasse diese. Ah, der Typ regt, ah, der Typ ist so furchtbar. Ja. Der ist so furchtbar, ah, ja. Also, wir wollen von denen auch nie irgendwie, äh, gesponsert werden, deswegen. Nee. Ja, ich werd's jetzt nicht schaffen, rauszufinden, wie diese Taxoflex oder sowas. Ja, ist. Taxofuck you oder irgendwas. Ja, ist vollkommen, vollkommen egal, aber, aber so einer ist das, also, Abdel, der versucht immer, der möchte halt immer ganz oben stehen und möchte halt nicht nur damit glänzen, dass er, dass er die Ladies rumbekommt und dass er reich ist, sondern auch, er möchte als intelligent wahrgenommen werden. Ja, ja, ja. Und da gibt's halt andere in der Gruppe, da hast du das Gefühl, so, die wollen einfach nur, dass jeder weiß, dass sie den größten Schwengel haben, aber ob die wirklich klug sind, egal. Und Abdel ist halt, wie soll ich sagen, ich würde ihn nicht als dumm beschreiben, aber er ist halt nicht so clever, wie er immer tut. Nee. Auch, das merkst du, das merkst du auch daran, weil er halt eben so erzählt, er möchte halt einen Donut-Shop auch machen, weil Donuts kommen jetzt langsam durch, wo man sich fragt, Alter, Donuts sind jetzt seit zehn Jahren in Deutschland auch kein großes Thema mehr. Das ist ungefähr so, als würde ich, als würde ich sagen, so, ey Leute, Currywurst, ich sag's euch, Currywurst, für Currywurst wird man ganz groß. Oder Döner. Nee, ja. Aber das macht, also sagen wir es mal so, von den ganzen, von den fünf Typen ist er auch irgendwie der Ungefährlichste, würde ich jetzt mal behaupten. Das stimmt, das stimmt, wobei diesen einen, der hat mir nicht so, nee, dieser eine, ich hab seinen Namen, der, der Unsichere, der war mir, der hat mir nicht so viel gegeben, weil ich hab halt irgendwie, ich bin halt selbst so vielleicht dann auch irgendwie unsicher insgeheim und find's dann irgendwie doof, dass da auch immer über mich sich lustig gemacht worden ist. Aber dieser eine Typ, der, der, der immer so als Punching Ball gilt und dann aber halt mit dem, dem, dem Tim halt. Der Jeppe, du meinst den Jeppe. Jeppe, genau, das weiß ich, ich wusste nur, dass er so einen ganz komischen Namen hat. Also die fünf Typen, wenn man sie mal ganz kurz, also Abdel ist ja so dieser, dieser Pseudo-Businessman. Ich find's ja immer ganz schön, ähm, zu Beginn werden ja auch dann die Freunde, also die werden vorgestellt, wie man's ja eben bei so einer Reality-Show kennt, so die Umfeld und sie, äh, man sieht dann auch im Umfeld. Hoffentlich erst mal für ein paar Tage aus dem Haus. Genau. Und, äh, du siehst halt dann auch Familie und Freunde, wie sie dann praktisch über die reden und eigentlich im Prinzip hat von den Jungs keiner so wirklich, äh, also, sagen wir mal, im Freundeskreis eine hohe Meinung. Die sind immer die Würsteln oder in der Familie sind das so die Außenseiter. Also, ähm, haben wir beim Abdel so diesen Businessman, der mehr oder weniger einen auf, äh, auf, wie sagt man, strenggläubigen Moslem macht, was er irgendwie nicht wirklich ist. Ich meine, ich find da, ich fand das auch so schön, als die Freunde von ihm irgendwie gesagt haben, wir sind irgendwie, ich weiß nicht, wieso er das immer macht, dass er immer so auf Prolo macht, wir sind doch eigentlich im Prinzip alle relativ erfolgreich. Ja, und vor allem, er wird ja dann auch nachher konfrontiert in einer der Folgen, wo es diesen, auch diesen, äh, Moslem gibt, der aber halt eben, ich würd's sagen, also schon für mich als offenschwule vorüberkam, ne, ähm, und das war auch interessant, wie er dann darauf reagiert, so, weil er zum einen halt da, zum einen mit dieser Homosexualität konfrontiert wird und zum anderen, dass der Homosexuelle mehr über den Koran weiß, als wer. Das war dann auch schön, schön. Man muss auch sagen, dass jeder der fünf Folgen ja auch so eine eigene, eigene, eigene Geschichte erzählt, es gibt eine Folge, wo dann nochmal so ein Männertrainer kommt, ähm, dann gibt's eine Folge, wo sie beim Pornos-Dreh dabei sind, allerdings von einem feministischen Porno, von dieser relativ bekannten Porno-Regisseurin, äh, Paula Palette oder Paula Papalette? Irgendwas, sorry, aber ich. Pauline Pappel oder so ähnlich, ja. Genau, genau, und die ist auch sehr bekannt, die auch, spielt sich auch selbst, wo es dann auch so schön kommt, wo so Diskussionen kommen, so, du willst also die Frau einfach nur wegnattern, ja, Fickenhahn. Wie, wie war die Frage, wie, äh, welche Pornos seht ihr denn gern? Ja, 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 wunderbar. Ja, genau, ja, Fickenhahn. Ja, ja, genau, und da sind wir ja bei diesem Jeppe, der ist ja eher so, wie sagt man, der, der tendiert auch eher dazu, diese, dieser verschlossene Gamer zu sein und der auch in so einer Insel-Community ist. Genau, ja. Hier, wie heißt das, Jungfrau 40 plus. Ja, irgendwie sowas, genau. Dann hast du den Fitness-Mann, der sich praktisch mehr oder weniger nur durch Testosteron und Muskeln definiert. Aber er ist jetzt binär. Ach so, und du sprichst jetzt von dem Anthony. Ich meinte den, wie heißt er, nicht Emil. Ah Gott, das sind so viele. Ich meinte jetzt mit Testosteron den, genau, Tim, der Bruno Alexander, der, der immer beim Pumpen ist, immer im Fitnessstudio. Und der andere ist ja, der Anthony, wie wird der vorgestellt? Seine Eltern sind tot, seit er acht ist und er lebt dann mit seinen, das ist also ultra peinlich, wie er seine Haushalt, also er ist sehr reich, aus reichem Haus, ein, wie sagt man, Beruf Erbe, sozusagen. Und wie er dann seine Haushälterin vorstellt, mit ihr hat er auch Spaß, dann tanzt er. Gott, oh Gott, oh Gott. Nee. Also, das ist, das macht alles Spaß, man darf halt wirklich nicht vergessen, das ist eine Comedy-Show und sie macht das auch eher grobmotorisch. Das ist jetzt keine feinsinnige Comedy. Also auch diese Typen sind sehr grob skizziert und auch, aber nicht grob gespielt. Also der, der Darsteller von dem Update, der macht das halt wirklich richtig gut. Also sie hat das so abgekauft, das war wirklich richtig gut. Ähm, ich, und ich muss auch sagen, ich fand auch die, die Anzahl fünf Folgen, das war genau richtig. Ja. Ich glaube, bei mehr hat es dann schon angefangen so ein bisschen zu, ja zu knachzen im Gäst. Ähm, es ist halt nur einfach so, es ist, es ist halt wie gesagt sehr grobmotorisch. Das darf man nicht vergessen. Das ist jetzt keine feinfüllige Satire, das ist jetzt keine sezierende Satire. Also statt den Skalpellen nutzen die eher die grobe Zimmermannschaft. Also es wird sich ganz klar über diese Männlichkeitstypen lustig gemacht. Es wird sich meines Erachtens auch über, ähm, Frauen lustig gemacht, die solchen Typen nachlaufen oder ihnen praktisch Öl ins Feuer geben. Ich würde auch sagen, es wird sich über die Medienbranche lustig gemacht, dass halt solche Dinge überhaupt, ähm, ja produziert werden. Hm. Da fand, also das ist so ein Aspekt, den, den fand ich relativ spannend und interessant. Ähm, ja und von dem her ist, ist also wie gesagt. Aber mal eine Frage, ähm, äh, äh, du bist ja, wie gesagt, du kennst dich im Medienbereich ja wesentlich besser aus als ich, ähm, ich finde, was mich ein bisschen, ein bisschen gestört hat, und wie gesagt, das ist alles sehr grob erzählt und auch jetzt nicht so nah an der, in Anführungszeichen, Realität dran binst du, aber, aber ich fand's ein bisschen seltsam, dass diese ganze Sendung anscheinend nur drei Leute braucht, eine Kamerafrau, eine Produzentin und eine Moderatorin, ansonsten siehst du am Set niemanden. Ja. Und ich glaube nicht, dass es in Wirklichkeit so läuft. Naja, nee, glaub ich auch nicht. Also, wie gesagt, da, äh, also die Teams, die jetzt irgendwie ins Dschungelcamp oder so bei diesen Netflix, äh, Kuppelshows, die sind schon größer, klar, das ist das Ding. Aber auf der anderen Seite, ähm, in der Theorie funktioniert das und ich mein, die, die Serie macht ja auch keine Hehl draus, dass, äh, anscheinend da jetzt das Budget nicht mehr gegeben wird vom Sender. Deswegen ist ja auch kein Ibiza, sondern Niedersachsen und, äh, die, ich weiß auch nicht, wieso, wie, wieso wird da eigentlich auf, äh, auf das Thema Feminismus gekommen? Einfach nur, weil's trendy ist? Ich meine, man kann's ja auch schon irgendwie da, also das ist ja auch eine interessante Thematik, dass die Serie vielleicht auch das ein bisschen parodiert oder auch ein bisschen satirisch, äh, behandelt, dass ja es, Feminismus aktuell auch so eine Art Trend ist. Ja, ja. Ne? Also, weil, also, dass der Sender ja auch dann drauf reagiert, der Senderchef, ja, Leute reden über Feminismus, lass mal Feminismus machen, ne? Ja. Das ist, das, das, also, dieser eine Satz ist für mich die Kernessenz der Serie, muss ich sagen. Und deswegen glaube ich auch, dass das ein durchaus, äh, Grund war, warum das produziert worden ist. Es wundert mich halt ein bisschen, dass es in der ARD, oder für die ARD produziert worden ist, ähm, hätte ich so nicht damit gerechnet und, äh, freut mich auch, ich denke mir halt nur, wenn's halt zum Beispiel bei Prime rausgekommen wäre, hätten die's vermutlich ein bisschen deutlicher mit dieser Connection mit die Discounter beworben und hätten vielleicht da ein größeres Publikum gefunden, denn aktuell finde ich, dass die Serie ein bisschen untergeht. Ja, also, ich hab vor der Besprechung kurz drüber nachgedacht, wie ich eigentlich da drauf gekommen bin. Das, ähm, weiß ich nicht. Da war anscheinend vor irgendeinem, äh, YouTube-Video vielleicht mal eine Werbung, weiß nicht. Wenn Sie, wenn Sie es handeln, können Sie Play-Up-Video machen. Aber tatsächlich, also, würde Ihnen jetzt nicht schaden, wenn da ein bisschen mehr Werbung gemacht wird. Vielleicht machen wir es hier deswegen auch, dass wir für diese 20, 30 Zuhörenden, die zumindest da, weil, wir machen auch ein bisschen Werbung im privaten Kreis, also ich zumindest. Ja. Von dem her. Es ist halt echt schwer, das irgendwie zu bewerben, weil von außen, von außen betrachtet, haben wir es halt gut hinbekommen, dass es wirklich aussieht wie so eine dieser Trash-TV-Gunkel-Shows. Das haben sie schon gut gemacht. Und ich, äh, hab, das kann ich mal verraten, zwei Freunde davon erzählt und hab denen das einfach geschickt und dann haben sie nur das Bild gesehen und gesagt, so, nee, ist auch die Scheiße, guckst du mal alleine an. Ja, also man muss auf jeden Fall mit dazu sagen, dass es, äh, eine Parodie ist, eine Satire, Mockumentary, wie auch immer, nee, ist egal. Man sieht hier nicht das wirkliche Format. Was, kennst du diese, 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 äh, auch eine Parodie, auch vom, auch vom öffentlich-rechtlichen ZDF Lerchenberg hieß das? Das war so 30 Rock von ZDF? Nee, also wie, ja, ich kenne es halt, die Rock, aber ich weiß auch, dass Lerchenberg existiert, aber ich, das war damals, glaube ich, mit Sascha Hehn oder so? Genau, genau, genau. Und Eva Löbau und die war auch ganz gut, die ist halt nicht Mockumentary, aber die erinnerte mich so ein bisschen daran. Also wenn ihr die kennt und da gefallen hattet, dann könnt ihr euch gerne oder solltet euch mal Player in Ibiza angucken und ganz ehrlich, das sind halt fünf Folgen, ah, 25 Minuten, rechnet nochmal fünf Minuten ab, äh, Abspannen und Vorspannen ab, da hast du 20 Minuten, fünfmal 20 sind 100 Meter, das kommt bitte, Leute. 100 Minuten. Die einzigen, die einzigen Personen, denen ich tatsächlich davon abraten würde, sind Männer. Ja. So eine ganz spezielle Form von Männern. Und Antifeministen. Also wenn du, lieber Hörer, zufällig in deinem Algorithmus sehr viele Andrew Tate-Videos, ja, Andrew Tate-Videos mit sehr viel Alpha-Content und so. Wenn du denkst, du bist ein einsamer Wolf und musst praktisch in die Welt hinaus und der Urinstinkt, der eigentliche Antrieb für all dein Schaffen ist, sollst du vielleicht diese Serie, ja, vielleicht, vielleicht, vielleicht sollst du die dann eher als so, äh, Bildungsprogramm nutzen, um dich selbst zu hinterfragen. Ansonsten für alle anderen, äh, zuschauen und, und, äh, lachen. Es ist eine Comedy-Serie. Und das, äh, könnte man dann auch so stehen lassen. Ja. Ich hätte nämlich nichts mehr. Nee, ich auch nicht. Also, wie gesagt, wenn wir jetzt anfangen würden, weiterzureden, dann könnten wir die ganze Serie nachspielen von dem her. Okay. Äh, ich bin Anthony. Willst du wirklich Anthony sein? Nein, ich möchte keiner von denen sein. Aber wenn du jetzt einer sein müsstest. Oh Gott, ich glaube, Marvin möchte ich auf gar keinen Fall sein. Das war nämlich der, der mir irgendwie am Eisenreich. Der im Gartenhaus wohnt hat. Nee, war das nicht der Rapper, meine ich? Der Rapper, ja. Hat der nicht irgendwie so ein Studio im Gartenhaus oder sowas? Ja, genau. Und sein Bruder ist irgendwie Biolist. Und deswegen, ja. Ähm, äh, ich, boah, ich möchte, glaube ich, gar, ich glaube, dann höchstens. Nee, tatsächlich, wer will auch niemand sein? Wenn halt Anthony, weil der ist halt eben reich und binär. Also, das fährt er ja während der Sendung, dass er dann irgendwie, äh, geschlechtsbinär ist oder so ähnlich. Ist der der Klügste? Das ist jetzt auch so. Das ist übrigens auch so ein bisschen die Frage, die ich mir da gestellt habe. Wie, äh, welcher von den Typen ist da jetzt eigentlich derjenige, der vielleicht noch so am ehesten das Potenzial hat, einen, äh, wie sagt man, so richtig die Kurve zu kriegen? Ach gut, das ist schwer. Das ist schwer. Also, Abdel hat, es ist halt echt schwer, weil Abdel weißt du halt, dass der einen Freundeskreis hat, der ja schon relativ intelligent zu sein scheint, noch ehrlich. Ja. Aber das scheint ja trotzdem irgendwie zu schlafen zu sein, weil er möchte ja die Nummer eins sein und deswegen, gerade das Ding habe ich vergessen, Tim, ah, Jeppe, mh, nee, keiner. Sorry. Schade. Aber dann haben sie das ganz gut gemacht. Fünf hoffnungslose Fälle. Naja. Ja. Wie sind zwei Hoffnungsfälle, zwei hoffnungslose Fälle? Na, mir gefällt die Hoffnungsfälle, finde ich super. Okay, hallo. So, ich bin Hoffnung, er ist Max und wir verabschieden uns jetzt. Liebe Leute, das Fazit, glaube ich, haben wir jetzt, unser Fazit war auch 20 Minuten lang, das habt ihr jetzt gehört, deswegen klare Empfehlungen von Max und mir. Die Serie gibt es seit dem 10. Mai 2024 bei der Mediathek der ARD und ist dort noch verfügbar bis Mai 2025, das heißt, ihr habt genügend Zeit, diese fünf Folgen zu gucken. Oh, oh, oh. Ja, wenn ihr trotzdem noch viel, viel Freizeit habt, dann könnt ihr gerne mal unsere Webseite nachgucken, nämlich www.tele-stammtisch.de, da findet ihr alle unsere Podcasts und vieles mehr. Ich sage mal vieles mehr, aber wir produzieren eigentlich nur Podcasts, deswegen ist das gelogen, aber hey, Werbung. Why not. Ansonsten findet ihr den Tele-Stammtisch überall da, wo es Likes gibt und Podcasts, könnt ihr gerne kommentieren und eine positive Bewertung da lassen. Ich sage Adieu, Max, dir gebührt das letzte Wort. Ja, ich sag's dann frei raus. Wie war meine Catchphrase? Du hattest keine Catchphrase. Ich hatte keine, na gut, dann war das so eine Catchphrase. Weiß nicht, irgendwas mit Isar und Gold. Isar und Gold? Habe ich nie gewollt. Keine Ahnung. Sucht das Gold in der Isar. Bis dann. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Tele-Stammtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.